Ja, und an dieser Stelle begrüße ich sehr herzlich Professor Christian Karagianidis. Er ist Lungenfacharzt, Mitglied des Corona-Experten-Gremiums der Bundesregierung und wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Intensivregisters. Herr Karagianidis, können Sie diese Hoffnung bestätigen, dass die große Flut an Omikron-Patienten ausbleiben wird auf den Intensivstationen hier in Deutschland in den nächsten Tagen oder Wochen? Also ich bin mir noch nicht so ganz so sicher. Also ich glaube, was wir mittlerweile sagen können, ist, dass diejenigen, die geimpft sind oder die Erkrankung durchgemacht haben, und das haben wir in Südafrika gesehen und sehen jetzt auch in England, dass der Verlauf da deutlich milder ist und nur wenige auf der Intensivstation landen werden. Wo ich nicht ganz zustimme, ist, dass wir in Deutschland natürlich einfach auch noch einen substanziellen Anteil in der Bevölkerung haben, über 60 Jahre, die nicht geimpft sind und auch noch nie positiv waren mit dem Virus. Und ich glaube, da fehlen uns noch einige Daten und auch da könnte doch noch mal einiges auf uns zukommen. Und der zweite Punkt ist, wir sehen jetzt zum Beispiel in New York, dass die Aufnahmen auf die Intensivstationen ins Krankenhaus zwar geringer sind als in der Deltawelle, aber dadurch, dass natürlich zeitgleich so viele kommen, wird das Gesundheitssystem noch mal deutlich belastet. Mit welcher Situation, in welchem Land ist denn die Situation in Deutschland am ehesten zu vergleichen? Sie haben Südafrika angesprochen, da gibt es vorsichtige, positive Bilanzen in Bezug auf Krankheitsverlauf und Hospitalisierungsrate. Allerdings sind viele Menschen in Südafrika haben eine natürliche Immunisierung bereits, weil sie eben bereits infiziert waren. Also diese Daten kann man nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen, oder? Ja, gerade Südafrika ist eigentlich ein Beispiel dafür, was passiert, wenn ich eine Reinfektion habe mit dem Virus. Und das reflektiert nicht die Situation in Deutschland. Auch in England ist es so, dass wir zwar noch einige Ungeimpfte haben, aber dass da natürlich die natürliche Durchseuchung deutlich höher ist als bei uns in Deutschland. Ich glaube, die besten Länder, auf die wir jetzt im Moment gucken sollten, sind a. Frankreich, wobei Frankreich von einer sehr starken Deltawelle im Moment heimgesucht wird, insbesondere im Süden des Landes, und die USA. Und in den USA haben wir Regionen wie New York, die ähnliche Impfquoten haben wie bei uns in Deutschland, wo es auch noch einige Ungeimpfte und auch Nicht-Genesene gibt. Und dann gibt es Bundesstaaten wie Texas, die sehr niedrige Impfquoten haben. Und diese Zahlen werden für uns extrem relevant werden in den nächsten Tagen. Wenn wir von relativ milden Verläufen ausgehen oder die sich weiterhin bestätigen, könnte Omikron denn so eine Art Booster für die Bevölkerung werden und dann so eine Art Übergang von der Pandemie zu einer endemischen Lage herstellen? Ja, ich glaube, dass Omikron schon die, sagen wir mal, zumindest das Potenzial hat, dass wir dieses Jahr aus der Pandemie rauskommen, zumindest bei uns in Europa. Wobei wir, glaube ich, auch die ganze Welt mehr im Blick behalten sollten. Bis wir da hohe Impfquoten erreichen, wird es noch eine ganze Weile dauern. Wenn es wirklich mildere Verläufe macht, auch bei denjenigen, die bisher keine Immunisierung machen, dann besteht natürlich wirklich die Hoffnung und die Chance, dass wir dann, wenn es im Frühjahr wieder wärmer sind, glaube ich, mit dem Gröbsten erst mal durch sind und uns dann in erster Linie damit beschäftigen werden, was sind diejenigen, die keinen Impfschutz aufbauen, wie zum Beispiel die Immunsupprimierten, was ist mit der Reinfektionssituation. Aber ich glaube, diese endemische Situation ist für Deutschland dieses Jahr greifbar. Jetzt haben wir momentan in Deutschland noch keine verlässliche Corona-Datenlage. Der Bundesgesundheitsminister geht sogar davon aus, dass die tatsächliche Inzidenz zwei- bis dreimal höher ist als die, die wir momentan ausmessen. Also ein zahlenmäßiger Blindflug. Reichen denn dann überhaupt die Maßnahmen noch aus, die wir ja immerhin auch schon seit dem 28.12. haben und die seitdem nicht mehr angepasst wurden? Ja, also erst mal stimme ich dem Gesundheitsminister ausdrücklich zu, dass wir uns in dem Blindflug befinden, der, glaube ich, auch so nach zwei Jahren Panemino schwer hinnehmbar ist und einfach auch noch mal klar macht, dass die Bundesregierung in den nächsten sechs Monaten extrem viel in die Digitalisierung investieren muss und einmal wirklich einen Cut machen muss und das System neu aufstellen sollte, insbesondere mit einer elektronischen Patientenakte. Wo wir ein gutes Reporting haben, ist auf den Intensivstationen und auch auf den Normalstationen. Deswegen sind wir nicht ganz im Blindflug unterwegs. Da gehen unsere Zahlen im Moment noch runter, das heißt, die Delta-Welle läuft aus und wir haben nur vereinzelte Omikron-Fälle, das heißt, so ein bisschen Sicherheit haben wir schon. Aber ich glaube, uns bleibt auch noch ein bisschen Zeit. Wir hängen England insbesondere und auch Frankreich sicherlich zwei bis drei Wochen hinterher, sodass wir, glaube ich, diese und nächste Woche wirklich besondere Entscheidungen treffen können. Da haben wir einen kleinen Vorteil in Deutschland im Vergleich zum europäischen Ausland. Und wie sollten diese besonnenen Entscheidungen aussehen? Am Freitag, am 7.1. ist die nächste Bund-Länder-Konferenz. Was muss da aus wissenschaftlicher Sicht beschlossen werden? Veränderte Quarantäneregeln, Kontaktbeschränkungen? Also ich glaube, wir müssen uns erst mal darüber im Klaren sein, was wir wollen. Und ich habe schon im Sommer dafür plädiert, dass wir mit Stoppszenarien arbeiten. Das heißt, dass wir die drei Parameter Inzidenzen, Hospitalisierungsrate und Intensivbelegung zusammennehmen. Die Inzidenzen muss man sicherlich unter Omikron anders bewerten, weil sie die Geimpften auch wieder mehr ins Infektionsgeschehen mit einbezieht. Aber in dem Moment, wo wir mit solchen Stoppszenarien arbeiten würden und ganz klar sagen, wenn so und so viele im Krankenhaus sind, wenn so und so viele auf der Intensivstation sind, dann muss ich das und das tun. Dann ist das, glaube ich, eine relativ klare Kommunikation, die man jetzt gut vorbereiten kann. Und ich glaube, damit würden wir gut fahren. Sagt Christian Karagianini. Entschuldigung, Karagianini. Jetzt passiert es zum Ende doch noch mal. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.